ja hallo meine lieben heute möchte ich euch den nachfolger von dem ersten glo vorstellen das wo hyper x2 und das gibt es in verschiedenen farben ja das gibt es in schwarz das gibt es in orange blau gold also das ist allblau schwarz rot hätten wir hier dann da hinten ist das goldene sieht ein bisschen anders aus der vorgänger das war der vorgänger hier da war der knopf hier vorne zum drücken und bei dem neuen modell ist halt der boost knopf hier drunter angeordnet unter dem power button das ist anders dann ist noch der verschluss oben ist verbessert worden ihres verschluss es nennt sich das hier oben der ist gegen staub geschützt und gegen dreck das war beim anderen als schiebe verschluss der ist noch mal verbessert worden ansonsten ist es sieben prozent leichter geworden und 13 prozent kleiner ist der vorgänger ansonsten hat man noch hier oben die anzeige die ist halt auch noch verbessert worden hier vorne was der ring bei dem vorgänger modell der geleuchtet hat hier das jetzt größer da kann man dann den sehen den ladestand sehen von dem gerät kann man auch sehen ob man sich im boot modus befindet oder nicht ja ist halt noch mal vom design hat auch noch mal schöner als der vorgänger und tolle sache ich verlinke es euch mal zu amazon unter dem video da draufklicken da gelangt er zu amazon und wenn es euch noch mal anschauen und wenn es euch gefällt bestellen